Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Avatar Frontiers of Pandora, dem Skybreaker DLC. Ja, wir hatten da so eine kleine Plänkelei, das war nicht schlimm. Ich habe da eben was gesehen, das ist auf der Karte gar nicht, auf der Karte wird das gar nicht angezeigt, ne? Ich fliege ja nun direkt drauf zu, da waren wir ja zuletzt. Ich will jetzt eigentlich da hin. Wir machen das jetzt erstmal, ne? Das müssen wir ja eigentlich gleich sehen hier. War ich eben ein bisschen enttäuscht vom Bogen? Da hätte ja gar nicht funktioniert. Da ist schon die Anlage. Da muss man immer ein Pad finden, glaube ich. Damit man das denn... Ah, das ist hier unten. Ich kann hier gleich nochmal nach Moos gucken. Bis dann! Sieht anders aus. Huch, da wollte ich gar nicht rauf. Ich wollte hier hin. Da ist es. Ne, ich vermute mal, dass das denn die Lösung ist hier. Der Segelflugpanter. Ja, das ist da... Der hat uns eben angegriffen. So. Da ist sie. Dann wollen wir da mal hingucken, ne? Erstmal nach oben. So. Wo waren das jetzt? Ja, ja! Da ist sie. Das ist tatsächlich da die Anlage. Oder? Oder? Eine alte Basis. Ganz wenig RDA hier. Vielleicht sind da ja noch Dinge. Da ist ein Glockenzweig. Wie geht's unserem I-Kran eigentlich? 65... Was? Du hast nur 65% I-Kran-Energie. Oh. Ach, das ist damit... Ja, stimmt. Äh... Dann müssen wir ihr was zu essen geben. Warte mal. Okay. Heute weiterleben, morgen weiter kämpfen. Mit einem Ei. Genau. Das hast du am liebsten, oder Carol? Hier scheint aber nix zu sein, ne? Ja, ja! Entweder... Aber hier haben wir ja nicht gekämpft. Wo bin ich denn jetzt? Wollen wir mal gucken. Guck, das wird nicht angezeigt. Hier ist eine Windflöte. Taros-Setzling. Und was anderes. Das wird einfach nicht angezeigt. Hier scheint auch nix mehr zu sein, ne? Ich kann ja... Hier scannen, wie ich will. Alles leergekündigt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ah, es sieht so aus, ne? Gut, dann suchen wir uns mal was aus. Wenn wir jetzt schon mal hier sind. Vielleicht kommt da ja noch was dazu. Ah, wo habe ich angefangen? Muss ich das so durchziehen? Das ist hier... Das Ding, ne? Gut. Da sind so ne Winde. Ein Meter. Da unten ist hier was. Ach, du Scheiße. Schreckenswert erforderlich. Da sind welche. Und prompt sind hier auch keine. Wo sind die jetzt hin? Ich habe euch doch gesehen. Hallo, ich tue dir nichts. Hallo, Freund. Hallo, Freund. Immer sachte. So, dann wollen wir mal. Ja, das ist wieder... Das ist nicht dahinter, ne? Ich weiß auch nicht warum. Gucken mal, ob wir jetzt die olle Motte wiederfinden. Da ist Doktor Motte. Carol, ich komm, bin gleich wieder bei dir. Ach, da. Ach, da. Entscheidet euch doch mal. Das ist nicht schneller hier, ne? Das ist das Schnellste. Das ist das Schnellste. Hä? Hier ist doch nix. Was ist denn jetzt passiert? Jetzt sind sie weg. Oh, sorry. Das sind andere Motten. Oh, Leute. Das ist gemein. Das ist echt gemein. Jetzt soll ich dahin wieder zurückfinden, oder was? Wo ist denn jetzt die Motte? Zeigt es aber auch nicht an, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo die ist. Tut mir leid. Ach, da ist sie. Zur grünen Markierung. Ein Kilometer umsonst geritten. Können wir nochmal auslösen, dann nochmal hinterher trampeln und dann nochmal versagen. Oh, da war ein Viecher, ne? Oh, da war ein Sprünbett. Hm. 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 Ich glaube, das sehe ich ja schon. Das ist da vorne, ne? Mal gucken, ob ich sie jetzt sehen kann. Ich habe mich die Motten verarscht. Geht schon wieder los. Dazwischen die Viecher, das ist natürlich nicht so sehr fair. Aber darum geht es ja hier nicht, glaube ich. Also die Motten entscheiden nicht von allein, wo sie hin wollen. Das haben der Entwickler, der das hier jetzt programmiert hat, das kann ich nicht mehr tun. Wir haben hier so eine Dampfspur. Ich komme da kaum mit her, ne? Ich komme da kaum mit her. Aber das ist ja sehr unangenehm hier. Wo sind sie denn jetzt hin? Ah, toll. Klasse. So muss das sein. So macht das Spiel Spaß. Und wenn wir das wieder machen, dann sind sie wieder da. Lauf einfach, Pferd. Das war ja jetzt... Das ist wirklich blöd. Die sind hier zwischendurch. Ich weiß aber nicht, wohin. Ach, Leute. Ich mach gar keinen Schaden hier mit diesen Bögen. Oh, das ist ja eine sinnlose Geschichte hier. So kann man natürlich auch Spielzeit schinschen. Das kreige ich denen immer wieder. Dass sie so eine Dinge tun. Jetzt ist mein... Ich... Ach, hier war das. Hier war das. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir holen Körer. Körer. Das war genau hier. Aber das hat... Ach, ich war vorhin da hinten. So. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich will immer mit der Maus markieren. Ja, ja. Wenn man das so von anderen Spielen kennt. Aber das mit den Viechern dazwischen ist etwas bisschen störend, ne? Das ist der Natur pur. Das muss ich verstehen. Hier ist so ein Baum. Da kann man eine Frucht sammeln. Aha! Ah! Hä? Was war das denn? Sind wir da etwa runtergeplumpst? Wo ist denn die... Da ist die Frucht. Der wehrt sich? Ah! Ich hab sie! Weg, 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 weg! Eine Brandfrucht. Das hat so gebrannt. Haha. Entschuldigung. Da oben müssen wir glaube ich hin, ne? Da ist er. Der setzt ihn. Ja! Und wieder ein Pünktchen. Ja, ich geh mal zu den Skills. Wir haben drei. Das reicht natürlich noch für nichts. Aber das macht nichts. Da ist der nächste. Dann haben wir vier. Da weiß ich nicht, was da ist. Wir gucken mal. Das machen wir jetzt noch zusammen. Das ist diese Anlage, ne? Es verwirrt mich, dass da um nichts zu holen ist. Uh! Uh! Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja! 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 War der oben oder unten? 100 Meter? Achso, ich sollte mal so tun. Halt mal an. Halt doch mal auf der Stelle an. Dann kann man mal in Ruhe gucken. Der ist unter mir. Ja, den soll er anhalten. Und der fliegt aber einfach weiter, ne? Jetzt fliegt er nach oben. Das habe ich dir nicht gesagt. Du solltest anhalten. Stopp! Also, Kerel. Musst du doch gucken, wo er ist. Was ist das? Ikran? Was? Geistmuschel. Ne Muschel. Da ist mein Setzling. Wir landen hier jetzt mal. Ne Höhle. Cool. Vorne musste ich auch in eine Höhle. Da war denn... Wo bist du denn? Da unten. Damit haben wir vier Punkte. Ich habe nicht... Und denn... Das können wir nicht. Das können wir nicht. Aber das können wir noch machen. So. Was bist du denn? Das ist ja interessant. Inselpalmbass. Beste Qualität. Trocken. Ich wage nicht zu atmen hier. Vorsichtig. Vorsichtig. cool cool haben wir jetzt soll er wieder hochkommen was bist du sind das die, die wir brauchen für die für die, für den Bogen ja, warte mal C, ne, sind nicht die richtigen was bist du was ist das eine Kochzutat hier sind noch mehr davon, wir haben aber zwei gekriegt, das reicht erstmal, ich will mich wieder voll hier da waren noch mehr, ne aber wir wollen jetzt zu Kürzel, komm Kerel was ist denn da meint ihr das oder das Apunbeere, ja brauche ich jetzt erstmal nicht, ne ich brauche meinen Vogel, da ist er du stehst aber auch blöd so, ist besser, ne so, ja brauchen keine E-Kran-Steuerung Änderungsmalerei was für ein Abschluss wäre das das wäre doch super, ne eine Änderungsmalerei zum Abschluss ist die unten oder oben also wird sie weiter unten sein da ist sie hier ist noch ein Körbchen knuspriger Käse cool ich glaube da ist kein Licht an ach doch jetzt kommt's really das ist das ist dasπ儿 auch so Musik Ja, hübsch. Erinnert ein ganz klein wenig an die Haikus von Ghost of Tsushima. Allerdings wurde da sinniert. Das heißt, man hatte da zur Auswahl Sprachfetzen, Wortfetzen, nicht Wortfetzen, nicht Satzfetzen und konnte daraus dann eine kleine, einen Spruch kreieren, der mehr oder weniger passend war. Ja, ist ja gut, ja, nicht schön, entspannt und ruhig. Musik Im schützenden Schatten dieses Orts fühle ich mich sicher. Wasser rauscht über die Felsen wie verstreute Gedanken, kommt unten zur Ruhe. Unsere Geschichte verweilt in den Echos, bis sie erneut gehört wird. Ja, und das meine ich, ne, dieses, dieses, diese kleine Geschichte zum Schluss, das erinnert dann doch an den Haikus, sowas war er ja auch. So, genug sinniert. Was haben wir da? Ein Tarsus-Set, den holen wir uns. Das kann ich aber alleine machen. Was haben wir da? Eine Windflöte. Was haben wir da? Ein Tarsus-Setzling. Da haben wir denn noch ein Bäumchen. Wir müssen aber eigentlich, ich werde jetzt hier diese Runde machen, das ist ja nicht so interessant, ne? Wir müssen eigentlich noch, das Lager haben wir, das da haben wir noch nicht. Da hinten müssen wir noch hin. Wenn ich da bin, melde ich mich dann wieder, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.